Sehr geehrtes Auditorium, Können Sie sich vorstellen, tagelang, sogar wochenlang nichts gegessen zu haben? Können Sie sich vorstellen, in Ihrer Verzweiflung sogar schon Staub geschluckt zu haben, damit Sie Ihren Magen mit irgendetwas füllen können? Können Sie sich vorstellen, immer weiter abzumagern und immer schwächer zu werden? So schwach, dass Sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Ihr ganzes Immunsystem bricht zusammen. Darum können sich Parasiten und Infektionen auf Ihren Schleimhäuten ausbreiten, die Ihnen schreckliche Schmerzen zufügen. Ihre ganze Muskulatur beginnt langsam zu schwinden, bis Sie sich kaum mehr rühren können. Sie haben nicht einmal mehr die Kraft zu sprechen. Und niemand kommt und hilft Ihnen. Meine Damen und Herren, solch eine Situation erscheint uns sehr fremd. Doch in diesem Zustand befinden sich weit über 800 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Jeder neunte Mensch ist permanent schwerstens unterernährt. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Und insgesamt sterben mehr Menschen am Hunger als durch Aids, Malaria und Superkulose zusammen. Es findet ein Massensterben statt, das mit eisiger Normalität vonstatten geht. Jeden Tag. Und der Hungertod ist kein friedlicher, ruhiger Tod. Der Hungertod ist kein sanftes Einschlafen. Der Hungertod ist ein Todeskampf. Er ist immer mit massivsten Krämpfen und Schmerzen verbunden. Zu der gewaltigen Zahl der Menschen, die am Hunger leiden, werden jene Menschen, die am versteckten Hunger leiden, gar nicht mitgerechnet. Der versteckte Hunger entsteht nicht durch einen Mangel an Nahrung an sich, sondern durch das Fehlen von Nahrungsmitteln, die lebenswichtige Vitamine und Mikronährstoffe enthalten. Auch der versteckte Hunger schwächt das Immunsystem und kann schreckliche Krankheiten hervorrufen. Am schlimmsten aber wirkt sich der versteckte Hunger auf die Schwangeren aus. Ihre Kinder kommen mit schweren körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zur Welt. Man könnte jetzt meinen, der Hunger sei ein Problem, das sich eben nicht verhindern lässt. Ein Naturphänomen, ein unabwendbares Schicksal. Unsere Landwirtschaft ist jedoch imstande, so viel Essen zu produzieren, um über zwölf Milliarden Menschen ernähren zu können. Alleine diese Tatsache zeigt, dass sich dieses Elend in unserer heutigen Welt leicht verhindern lassen würde. Der Hunger ist das größte lösbare Problem der Welt. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Aber warum schreitet der Hunger dennoch jeden Tag voran und fordert mehr und mehr Tote? Generell leben die meisten Menschen, die um Hunger leiden, in Entwicklungsländern in Afrika und in Asien. Das Massensterben befindet sich also weit weg von uns und beeinflusst unser Leben keineswegs. Wir sind meist mit unseren eigenen Angelegenheiten, Sorgen und Problemen beschäftigt. Wie es da bei Menschen auf einem weit entfernten Kontinent geht, spielt für uns keine Rolle. Es ist eben außerhalb unserer Wahrnehmung. An der Tatsache, dass unaufhörlich Menschen den qualvollen Hungertod erleiden müssen, kann sich nur etwas ändern, wenn die Menschen beginnen, die Welt ganzheitlich zu betrachten. Unser Zuhause, in dem wir leben, unser Heimatort, unser Heimatland, das alles ist nur ein kleiner Bruchteil. Wir sind umgeben von einem friedlichen, wohlhabenden Umfeld. Von einem Umfeld ohne Hungersnöte und Bürgerkriege. Aber wie sieht es mit dem Rest der Welt aus? Aber wie geht es meinen Mitmenschen auf den anderen Erdzeilen? Diese Fragen sollten in jedem Einzelnen von uns aufkommen. Es gibt keine erste, zweite oder dritte Welt, in der wir leben. Wir leben alle auf ein und demselben Planeten, für den wir gemeinsam die Verantwortung tragen. Das sagte einst Karl-Heinz Böhm. Ein erfolgreicher Schauspieler, der dann aber seine Schauspielkarriere an den Nagel hängte, um sich ganz seiner Spendenorganisation widmen zu können, die sich für die Menschen aus den ärmsten Regionen Äthiopiens einsetzt. Mittlerweile gibt es unzählige von Organisationen, die vorgeben, die Armut in den Entwicklungsländern langfristig zu bekämpfen. Und viele von ihnen gehen diesen Zielen auch wirklich konsequent nach. Mit der betroffenen Bevölkerung auf Augenhöhe versuchen sie Lösungen zu finden, damit sich deren Lebensqualität nachhaltig verbessert. Damit es erst gar nicht zu Hungersnöten kommen kann. Ihre Mittel sind aber begrenzt. Alles, was sie tun können, können sie nur mit Hilfe von Spendengeldern tun. Von Menschen, die diese Organisation unterstützen. Aus Solidarität zu ihren Mitmenschen. Und diese Solidarität sollte eine ganz entscheidende Eigenschaft sein, in der wir uns Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Die Solidarität zu unseren Mitmenschen, egal auf welchem Erdteil sie nun leben. Die selbstlose Hilfe für die Menschen, die sie am dringendsten brauchen. Und es war noch nie so einfach wie heute. Spenden kann man schnell und bequem übers Internet, per Maus klicken. Wenn jeder nur einen kleinen Beitrag leisten würde, wenn jeder im Sinne dieser Solidarität handeln würde, dann würden wir in einer Welt leben, in der niemand hungern muss. Natürlich ist das aber nur eine Wunschvorstellung. Ob dieser Wunsch jemals Realität wird, ist ungewiss. Eines steht jedoch fest. Jedes individuelle Menschenleben ist unendlich viel wert. Und jedes Mal, wenn ein Mensch aufgrund von Hunger stirbt, obwohl wir das verhindern könnten, dann ist das ein unendlich großes Armutszeugnis für uns alle. Wir sind in der Lage, auf den Mond zu reisen. Wir sind in der Lage, Atomkraftwerke zu bauen. Wir sind in der Lage, Wolkenkratzer zu errichten. Aber zu verhindern, dass kleine Kinder qualvoll im Dreck verhungern müssen, das hat die Menschheit noch nicht geschafft. Danke. Applaus Applaus Applaus